Sooo, Mainz, Mines, Minen. Das bin ich ja schon richtig. Ja, Hamon, ha? Boss, Hamon. Let's go! Let's go! Wait a minute! Oh my God! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Von da, von da, von da, von da. Einmal gespottet und schon ist vorbei, aber 3 zu 15, aber das waren auch, das war jetzt ärgerlich so, da kannst du ja nichts machen und dann streut er so, egal, ist so, das ist auf jeden Fall kein Sieg. Als letzter, wir sind halt echt blöd, ne? Ja, hier. Ja, dann, hier. Looks. Okay. Okay. Und dann weiter mit dem Luchs. Habe ich ja noch einige Gefechte offen. Okay, das ist ja mal. Okay, das ist ja mal. Okay, das ist ja mal. Oh mein Gott, der nicht. Ja, schon ein paar Leitzieher, ja? Aber 6 Sekunden reingehend. Da muss ich mal ein bisschen eher depressiver sein. Und dann wieder hoch. Warten los. Dann nehmen wir ihn dann. Ja. 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 Fisch. Okay. Das ist ein Problem. noch kann ich gar nichts hier machen also leitspielen auf dem niveau mit 6 ist echt schwierig ja nicht umfallen wieder sehr gut so der der die 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 Oh, das ist so großartig. Ja. Lass mal den, lass mal den, mach den, den Sieg da. Oh. Victory. War nicht ganz schlecht, oder? Aber. Ja. Für mich eigentlich immer noch schlecht, ne? Muss ich schon sagen, also, ich hab mir erhofft hier, aber ist halt auch schwierig mit dem Schöpfe. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Let's get this show on the road. Let's get this show on the road. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. er war erstmal wieder heilen so Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Da oben. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. So, er ist noch im Battle, ich gehe wieder auf die RT, einfach da mal ein bisschen nebenher zu spielen, bis der Luchs wieder frei ist. Das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt die RT so hier spiele. Okay, wargaming. Dann gebt mir doch eine gute Runde. Kondo ist mit 823.000 gut bestückt, also dahingehend kann dann schon... Ähm... Ähm... Was dabei raus springen? Ja... Ich glaube, ich komme vom... Naja, soll ich da auch wieder hingehen, wo alle hingehen? Nee... Hier, da vermuten sie mich alle. Also, ich gehe dann doch woanders hin. Hier, auf die Nulllinie runter. Oder soll ich doch klassisch dahin gehen? Ich bin zwei RTs. Der eine geht bestimmt eh da hoch. Mal, ich gehe dir vor. W Primärmüller. Ja, ich bin was, ich bin jetzt auf derleihe. Ich bin jetzt auf der Worte aus. Ich bin jetzt auf der Worte aus. Ich bin jetzt auf der Worte aus. Warte, ich bin jetzt auf. Oh, man. Straw, einen Orenchen. Nein. Was ist der Fall? wieder einiges aus einiges 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 ein er fährt nicht weg Vielen Dank. Was ist denn das? Möchte oben was machen? Oh, nein, nein. Oh, der Hit? Oh, ha! Ich muss mich jetzt irgendwie da wegschreiten. Ich sehe noch gar nichts hier, ja? 5 zu 10 ist halt echt blöd das sind mich nicht die pack was macht er da oben das ist ja nicht Next to Earth. Acht Minuten ist ja verdammt lang. 7 zu 11. Wir sollen das nochmal überleben. Hallo, Sonnblech. Ja, endlich mal zu zivilen Zeiten. Ja, ist aber eine Ausnahme. Für die Uhrzeit. Hallo, positive Lied. Danke für dein Follow. Positive Lied. Leider verloren, aber trotzdem ein bisschen erledigt. Destroyed Track. Okay. Continue. Was habe ich da? Bruiser. Okay. Damit ich enemy vehicles modus on. Okay. Das habe ich. Ja, da sind genug Gegner da. Im Notfall hat es ja Bots und Bots sind ausreichend für mich. Ist halt schon traurig, wenn die Arti trittbester ist irgendwie, oder? Das ist ja schon besser gewesen. Oh, naja. Und der ist ja, da gehe ich ja schon auf die Kuh, ne? Wieder auf den Luchs wechseln. Ich möchte auch mal eine gute Hunde haben mit dem Luchs.